Viele Schwierigkeiten, mit Bus zu fahren, mit Bahn zu fahren, mit vielen Dingen war Schwierigkeit. Weil durch seine Husten, seine Soh, war man immer ausgegrenzt. Hat uns immer geguckt, immer Leute mit Fingern gezeigt, vom Bus raus. Aber jetzt durch die neue Auto, Gott sei Dank, die Probleme sind uns ersparen geblieben. Es ist Freude da, wir können überall fahren, wir haben viel Platz und hat uns Leben erleichtert. Vielen Dank an die Kinderstiftung. Ohne ihre Hilfe war uns nicht heute so leicht. Vielen, vielen Dank.